Hallöchen und Willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Schön, dass du da bist. Alles klar, da wissen wir Bescheid. Alles klar, da wissen wir, dass du da bist. Die Lötschelanwagen 102 102 hört Falls du die Linie brauchst, es wäre Liniennummer 800 auf Route 1 Alles klar, 800 Auf Route 2, äh, Route 1 Route 1, verstanden Oh, Ende Ah, 01 war das Jawohl, alles klar So So Auf geht's. Hallo. Abend. Eine Tageskarte hätte ich gerne. Danke. Einen normalen Fahrschein, bitte. Ja, dann habe ich vergessen da unten. Boah, die erste Leitstellenfahrt, ey, mit der Aufnahme. Geil. Die Leitstelle am Wagen, 102. 102 hört. An der Haltestelle DB-Haltepunkt-Geroldstein-Ost, nehmen Sie gleich ein Kontrolleur mit der Fährbautilie mit. Verstanden. 102. Die Leitstellen, ne? Nächste Haltestelle, die Rollstein-Kolimuspark Nord. Oh, das gibt's nicht. Der lädt mir schon wieder an diese scheiß Haltestelle nicht, ey. Kurz, ich fix da noch einmal. Es ist nicht so zu fassen, ey. 102 für die Leitstelle. Leitstelle, ne? Äh, hab's wieder mit deinen Navigation-Problemen. Der hat mir die Karte nicht gescheit geladen. Äh, ja, weiß ich Bescheid. Ich sehe ja ihre Alte stellen. Roger. Ja, der steht Ihnen. Jupp. So eine Sau da, echt. Navigation. Oh, Sven. DVB AG. Einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass du da bist. Ich weiß, du hörst mich gerade, ne? Da war in dem Fall trotzdem. Freut mich, dass du an den Weg unserer Leitstelle gekommen bist. Wow. Pam, ba, da, pam, 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 pam. Sfair. Wisst ihr, was noch geil wäre? Haben wir alle vielleicht so Multistream machen können? Sprachanfrage. Hallo, guten Abend. Abend. Ich hätte gerne eine Tour, bitte. Hast du irgendwas Besonderes? Blö. Wunsch oder so? Ich bin gespannt. Ähm. Stimmt. Passt dir 20.57 Uhr? 20.57 Uhr? Wann? 20.57 Uhr? 20.57 Uhr? Das ist aber schon durch. Schön. Guten Tag. Nein, ich komme weg. Hallo. 21.20 Uhr? Abend. Ja, das passt. Eine Fahrkarte, bitte. Dankeschön. Hast du noch einen Busflug? Einmal Kurzstrecke, bitte. Danke. Danke. Ja, heute ist die Rechte. Passt. Ich glaube, Justin ist heute eine Spenderlaune, was die Busse betreffen. Aber ist gut, ist gut. Gut, wenn das ist, melde ich mich, ne? Jo. Bis klar. Jo. Dann, schöne Fahrt, ne? Danke. Ciao. Schöne Sache. Junge, der hätte schon vorher kommen können. Hallo. Ja, weitergehen. Oh, da sind es da wieder zwei unterwegs. Dominic und Black. Ah, ja. So, viel Spaß auf eurer Tür auf jeden Fall. Ähm. Boah, ich bin der Scheiße. Scheiße, hier. Ah, bin ich wieder richtig abgebogen. Zu lange an dem Gerückel, aber... Passt richtig gut. Toll, Leute, macht auf jeden Fall richtig Bock. Ich weiß, es ist noch einmal um sie fahren, aber... Nächste Haltestätung. Geh wohl, Stein. Königswetter Straße. Das macht auf jeden Fall fun. Zum Tag. Eine Fahrkarte, die den ganzen Tag geht. Einmal kurzstrecke. Dankeschön. Ich bin der Mann. Gut. Nächste Haltestätung, die Rollstabler, bleiben zur Straße. Nächste Haltestätung, die Rollstabler, bleiben zur Straße. Oh Manni Aber gerne doch So, aber wie gesagt, Leute Ich lasse gerade eine Aufnahme laufen Das heißt, ich werde auf jeden Fall Das dann ungeschnittener auf YouTube sein Was? Schon fertig? Daniel, du bist gemein Zieht ja schon alles ab hier Mann, 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 ey Spaß, alles gut Alles gut Danke Hast du gut gemacht Ich dachte, wir gehen morgen fahren noch zusammen Ja Deswegen Ich glaube, 250 Kilometer Soll es zu fahren Über 250 Also ich denke mal Dann hätte man auf jeden Fall Immer 500 Kilometer fahren können 15 unterschiedliche Städte Zu 15 unterschiedliche Frachten Also quasi mit denen Wenn es das Event das zulässt Aber schauen wir mal Ah, okay Alles klar Boah, ich muss das voll achten, ey Und die Haltestelle ist, ey Ach, Daniel Daniel, wir fahren morgen Scheiß drauf, wie Wir fahren Schatz, bis dahin bist du schon längst da Hallo 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 Kurzstrecke, bitte Danke Eine Kurzstrecke, bitte Dankeschön Guten Abend Hallo Eine Fahrkarte, bitte Boah, die wollen es jetzt aber wissen, ja mit Fahrkarten, ey Hallo Ich hätte gerne eine Tageskarte Danke Eine Kurzstrecke, bitte RTE Da ist Schnee, wow Das ist normal, dass es so ruckelt Aha Ach du heilige Makrele Was kommt mir denn da entgegen Boah, das ist halt der Erzähl Ja, das ist ja unglaublich Der hat da seinen Führerschein gewonnen, oder was Ja, Manni, ich bin das dicke fette Busfahrer, Baby Ich hab den Führerschein gewonnen Hallo Guten Abend Hallo Eine Tageskarte, bitte Hallo Eine Tageskarte, bitte Guten Tag Alles klar Ach, wie schön, dass niemand weiß Da hat sich Busfahrer bleiß So, dann gucken wir mal, dass die auch mal Pünktlich kommen Hoppala Boah, ist doch gut, ey Ich muss mich mit dem Seetra Wogu auch erstmal befassen Die meckern hier, ey Das wäre heute der Teufel los bei denen Guten Tag Hallo Bitteschön Einmal normal, bitte Ja, unnormal Hauptsache eine dicke, fette Rolex Oh, Lukas Hallöchen, mein Lieber Dankeschön für dein Raid Schön, dass du da bist Ist Manu, bist du noch da Oder bist du schon Ein anderes am Zocken So Ah, mein Lieber Fertig mit Roblox So Warte mal, ich geb da Kleinen Showout Warten noch ein So So Guten Tag Hallo Heine Tages Schönen guten Tag Was wär's dir überfordert, ey Ich hätte gern eine Kotzschwein Dankeschön, Mama Guten Abend Hallo Dankeschön Also ich bin heute den ganzen Tag Unterweg Dankeschön Eine Frage Hat er bitte Dankeschön So So Kassier mal halt jetzt Nur eine Minute Aber ist auch egal So Ich mach mal das da Für dich Und dann Für die Wo auch Roblox Zocken Guten Abend 20 und 30 Minuten Ja, warte Ich guck mal hin Ich hätte sie hier Linieartige 20 Minuten Oh Gerochstein Bahnhof Nach Fürstenausschule Könnte man da mit dem Gelenkbus lang Man wisst ja, das ist zufällig Kann ich dir jetzt so aus dem FF nicht sagen So Es ist schwierig einzuschätzen auf der Karte Wo du mit dem Gelenkbus fahren kannst Und wo nur Ich bin nicht gar nicht Wisst ihr, ob er bei der Linie mitfahren kann Mit Gelenkbus Entweder geht es gut oder nicht Wird es den Bus mieten Ja, das wusste ich nicht Ja, hast du eine Rechte, kannst du noch Krass Danke, wann geht die Fahrt los? Äh, 21,25 In welcher Halle soll man hier fahren? Kannst du in Halle 1 oder 2 Stellnisse fahren Passt, dann bedanke ich mich Und verbringe mich, wenn irgendwas vorkommt Wir fahren bei Gute Fahrt wünsche ich dir, ne? Ja, wir fahren bei Geroldstein Boah Ja, klar Ich habe 137 Fehler drin, aber es passt schon Das passt schon Hallo Ah, der Manfred wird es mal weggespawnt abend Wenn dir dieses Video gefallen hat, freue ich mich, wenn wir uns in der nächsten Folge wiedersehen Daher habt ihr einen schönen Tag Bis zum nächsten Mal Euer Bartalo Ciao, ciao Ciao